lange ist der leute ja leute lange ist es ja mal gucken wir noch so alles da ist auf jeden fall wieder bock drauf fc mobile zu machen ich habe in den letzten tagen letzten wochen etwas mehr reingestellt muss ich sagen und na klar am anfang was mich auf jeden fall stört am anfang ist dass man hier immer 2000 sachen hier oben rechts kreuz weg machen muss wissen was ich meine früher nicht aber leute was auch noch scheiße ist dass ich kein pecklack habe wie macht aus dem schacht mein bruder guckt manchmal die videos von macht aus dem schacht und was der menschen für sachen zieht leute unfassbar aber darum soll es heute nicht gehen leute ich zeige euch mein team und natürlich kommt nicht drum rum leute ein pack gibt es heute noch ein 3000 selbst weg mal gucken was ich drin habe und werden auf jeden fall gleich mascheranos abholen zu aller erst will ich hier gucken oder euch zeigen bei hall of legends wie viel legenden ich quasi schon freigeschalten habe bei der icon sammlung und wenn ihr bock habt dann habe ich auch bock leute auf jeden fall würde ich noch sagen in letzten monaten gab es keine videos weil ein bisschen prüfungsstress war ich glaube im letzten im januar oder februar war auf jeden fall das letzte video und da war ich schon ein bisschen so ein prüfungsstress und da ich ja die prüfung jetzt absolviert habe fertig habe quasi aber ein bisschen mehr zeit aber auch die aber auch die ganzen ich war überall leute ich war in frankfurt deutschland gegen gegen hier schweiz und so dann war ich da dann war ich da wieder dann ne ich war überall geprüft habe ich halt keine videos gemacht so weil aufgrund der zeit aber vielleicht ändert sich das ja jetzt in zukunft und wenn ihr bock habt habe ich auch bock wie zu produzieren für euch mal schauen wie es auf jeden fall es sich ergibt so auf jeden fall habe ich hier schon einige legenden freigeschalten wie zum beispiel hier ich habe ich weiß gar nicht wer das alles war kampf welt glaube ich oder so äh sien auf jeden fall habe ich hier am start aber das sind alles spieler vor meiner zeit deswegen auf jeden fall kenne ich die jetzt alle nicht so genau auf jeden fall habe ich hier doch fünf oder vier spieler brauche ich jetzt hier noch um das freizuschalten bis zum nächsten ich habe ein bisschen durchgefummelt hier auf jeden fall kann man sich ja ein ronaldo abholen dann erneut ne kanavaro ribere auf jeden fall eben ist geil ne ribere leider nur 96 aber ist ja egal ähm genau das so bin ich so weit bin ich auf jeden fall schon und bei icon galerie bin ich auf jeden fall schon so weit hier na gut der eisen sind noch nicht so weit aber auf jeden fall hier am stand im ali die spieler ja wen ich hier kenne ist ribere natürlich aus meiner zeit ne heine wird es gar geiler bayern spieler gewesen ribere frank ribere dann auf jeden fall jaschin müsste das hier oben links sein ne jaschin ist das jaschin dann erneut und das ist deutsch bestie noch ricard kenne ich noch aber die anderen ne ok naja ja 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 gut auf jeden fall team b kommt irgendwann jetzt nächste woche und ja leute ich gucke mal ganz kurz noch mal in dieses hauptmenü wie viele punkte ich jetzt habe 28 punkte ja ok gut dann würde ich sagen leute zeige ich euch jetzt mal mein team zeige ich euch jetzt mal mein team nein noch nicht hier mein team so auf jeden fall am stall im ali mein team so fangen wir mit mike minor leute auf jeden fall am start hier 101er habe ich abgeholt bei dem em event das war schon ich habe wirklich sehr sehr viele em spieler ne unter anderem aus dem markt und an unter anderem auch aus dem event auf jeden fall abgeholt habe und leute willi orban rb leipziger so schaut es aus leute leipziger genau auf jeden fall habe ich ihn hoch trainiert auf die 100 und ich glaube ich brauche irgendwie noch keine ahnung mehrere auf jeden fall 10 mascheranos immer um ihn auf die 100 einzubringen aber das werde ich auf jeden fall nicht tun definitiv nicht definitiv nicht genau auf jeden fall ein gleiche mike am start dann grimaldo der wird wahrscheinlich als nächstes von mir verschwinden der ist mir noch ein bisschen so ein dorn im auge grimaldo genau werden das und jetzt mache ich schon was was andere youtuber nicht machen wir mitten im video aufs handy gucken okay gut so auf jeden fall grimaldo wird auf jeden fall als nächstes hier weg gehen denke ich mal so die lorenzo leute die lorenzo auf jeden fall auf markt geholt dann michael ballack 97 am start und leute hier mein herzstück des teams mein herzstück des teams xavi simons leute geil ich habe vergessen leute woher ich ihn habe ob ich ihn vom markt geholt habe oder im event ich glaube auf dem markt habe ich mir den geholt ich glaube so war das genau 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 und leute ich hatte glaube ich anton griesmann gezogen gehabt leute hab für ihn aber keine verwendung weil er hat z um ist leute das hat z um und ich will das simons nicht weg geben also aus dem team da habe ich ihn einfach so reingemacht hier anton griesmann weil der hätte eigentlich normalerweise auf seiner normalen position die 100 leute deswegen auf jeden fall ja egal mal gucken vielleicht bekomme ich dann irgendwann in naher zukunft nochmal ein z um ein z m so stoi kopf lf von basten habe ich gezogen das wäre ein video wert gewesen das wäre ein video wert gewesen leute von basten habe ich gezogen gehabt das war heftig und ähm code doku ich habe keine popfiko von contogu schade naja egal auf jeden fall jeremy doku im stall im madley 98er und ähm ja das war's auf jeden fall würde ich sagen sehen wir uns morgen wieder natürlich nicht natürlich noch nicht wir gehen in den umtausch rein leute und ja ich habe lange überlegt ich in meinem zweiten team habe ich ja scheschko drin aber aufgrund dessen dass ich äh ich sonst kein zweit mascherane bekomme muss ich scheschko leider reinsetzen oder rein machen leute oder es gibt ja noch eine andere option ja wohl ne für euch egal und wir machen das schon so wir machen das so wir machen das so aber ja müssen wir so machen müssen wir so machen müssen wir so machen zack aber ich würde sagen wir machen das so 450 von 450 äh umtauscht leute bat junge da ist auf jeden fall unser mascherano am start weiter gehen wir mal auf jeden fall ins dings hier star pass star pass da kann ich mir nämlich noch einmal schoano abholen hahaha oder auf jeden fall wenn ich auf jeden fall weiter videos weitermachen sollte ich kann nichts versprechen dann würde auf jeden fall alles free to play sein also ich werde keinen einzigen set mehr rein puttern ne for real ich werde keinen einzigen set mehr rein puttern äh das steht auf jeden fall fest da so würde ich sagen gehen wir ins team ähm ich muss noch überlegen leute wen ich jetzt eigentlich hoch trainiere hahaha aber ich glaube warte mal leute mike mein na auf die 102 kann ich das machen mit 2 kann ich vor ihm machen oder fand daigi mike auf die 102 das ist auch geil naja ne 40 prozent leute ich mach mein mein na ich mach oder von baston von baston ne 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 wird auch nix ähm machen wir mike mein na leute machen wir mike mein na auf die 102 leute mike mein na auf die 102 hehehehe so genau genau bestätigen torwart passen auf max devil so haben wir jetzt die 100er gäste geknackt das ist auf jeden fall auch so ein ding an fc mobile was mir halt nicht gefällt leute ne ich hatte irgendwie ich hatte einen anderen spieler drin gehabt statt lorenzo hatte ich einen anderen spieler drin gehabt und leute ich hatte schon die 100 ich hatte schon die 100 gäste und dann hatte ich auf jeden fall andere spieler drin gemacht auf jeden fall ich hab jetzt vom gesamter bessere spieler als da wo ich die 100 gäste habe oder hatte leute das ist auf jeden fall auch ein punkt in fc mobile was schmutz ist also es gibt mehrere dinge was schmutz ist bei fc mobile so ich hab noch einmal scherado ich versuche es mal 50 prozent wahrscheinlichkeit in meisten fällen klappt es nicht mal schauen leute in den meisten fällen klappt es nicht und ich glaube es hat nicht geklappt doch hat geklappt geil neuer hat geklappt for real hat geklappt for real so machen wir mal geschicklichkeit hier und vielleicht haben wir jetzt die 100er gäste geknackt haben wir jetzt haben wir die 100 gäste jetzt haben wir die 100 gäste neuer hat auf jeden fall und auf jeden fall ein team wert von 1,3 milliarden ja leute geil 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 auf jeden fall habe ich noch jetzt noch 1 2 3 4 5 6 spieler sind doch ein bisschen spieler unter die 100 gäste genau so am schluss des videos leute am schluss des videos wir haben schon die 10 minuten geknackt ne boah heidewitzka kommt noch ein peckley ein peckley peckley 95er bis 101er ist untrade aber egal es könnte halt die euphorie ein erneutend drin sind oder ein record bin gespannt leute jetzt brasilien kommt dann heidewitzka brasilien sturm es kommt keine peck animation alter was das denn ach so das ist das alles das triggert mich immer wieder das triggert mich immer wieder so jetzt mal schauen leute jetzt mal schauen brasilien 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 england zm westham 97 das ist voll gut 97 das ist gut bei 95 und 1 97 finde ich echt gut leute naja auf jeden fall würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal wieder wenn ihr bock habt wenn verlagter lassen kommentar da lassen und dann würde ich sagen leute bis zum nächsten skywalker